Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapenta aka Auli und zwar zum Video 84. Das Ganze zum Bau meiner Modellbahnanlage, Spur N und Z von Anfang an könnt ihr bei mir dabei sein und jeden Freitag 16 Uhr hochgeladen. Heute habe ich ein Problem mitgebracht, was ich jetzt sowieso mir vornehmen musste. Das heißt, heute haben wir wieder ein reguläres Wochenupdate oder ein reines Wochenupdate, wo ich euch zeige, was ich gemacht habe. Aber auch natürlich ein Problemlösungsvideo und zwar musste ich auf einen, ich sage mal, 11 Zentimeter hohen oder auch niedrigen Abstand, also unter meiner Anlage, ihr werdet es gleich im Video sehen, musste ich Unterflurantriebe anbringen. Die kann man ja da gar nicht anschrauben von unten, aber wie ich das Ganze gelöst habe, was ich gemacht habe, was ich mir habe schönes einfallen lassen, das möchte ich dir natürlich heute zeigen und möchte es auch gerne mit dir teilen. Musik Ja und damit recht herzlich willkommen zurück zum Video. Hier sehen wir jetzt natürlich unten in dem unteren Bereich, wie ich im Grunde genommen, was ich meine, diese Plattform, die rot umrahmt ist, die ist starr angebracht und ich komme ja als solches unter meiner Anlage gar nicht drunter, da sie ja in einem Schrank verbaut ist. Oben links habe ich mal nur als Beispiel eingeblendet, das ist ja ein Ausschnitt aus einem älteren Video schon, wo man sieht, dass dieser kleine Bereich, der ist starr und fest eingebaut, da wo ich das gerade schwarz pinsel. An den kann ich einfach nicht bewegen. Da geht es eben seitlich an mein Wechselmodul ran, das kann ich also nicht beweglich machen, ich konnte es auch nicht kleiner machen, ich brauche ja irgendeinen Grund, wo ich das Ganze aufbauen kann. Und wie ich jetzt diese vier Antriebe, die hier vor uns stehen, wir sehen, der linke da ist nach hinten, die anderen drei sind quer eingebaut und die müssen da natürlich dran. Und ich komme ja nicht drunter, das sind 11 Zentimeter, da kann ich nicht mit einem kleinen, knubbeligen Schraubendreher das unten festmachen, dann habe ich ja gar kein Spiel mehr, um mit meinen großen Händen irgendwas noch zu bewerkstelligen. Noch dazu bei den 11 Zentimetern müssen die unteren Antriebe, die da auch verbaut sind, die müssen ja auch noch, die sind ja auch noch da. Also ich passe da gar nicht dazwischen, ich komme da einfach nicht hin, ich habe da so ein bisschen Platz, um die Antriebe einzubauen, um das Gestänge einzubauen. Um die Weichen anzusprechen, also mit den Antrieben und ja, das ist jetzt wirklich sehr, sehr eng. Also habe ich, wie wir jetzt gerade im Hintergrund gesehen haben oder noch sehen, mir so Befestigungsrahmen erdacht und habe die ausgedruckt, sodass ich die Antriebe, wir haben es ja im Trailer vorne gesehen, die Antriebe schon, oder wir sehen es nachher sowieso nochmal, von der Anlagenkante oder von diesem starren Teil, was ja nur so aus Holzleisten besteht, anschrauben kann. Und wie ich das nachher noch gemacht habe, bringe ich mal noch eine Grafik rein, die ich gemacht habe, wie ich das dann so ein bisschen angeschränkt habe, da kommen wir gleich nochmal dazu. Und ja, sozusagen kommt es also in die Rahmen, die Antriebe rein. Das hatte ich ursprünglich als einen einzigen Rahmen gedruckt, wir sehen, das ist ja unterteilt jetzt hier, deswegen wechsle ich da, mache ich ja gerade einen Bohrer rein, um die Löcher, die ich da schon mit reingedruckt habe. Der Drucker macht da nicht wirklich das Loch in meiner exakten Größe rein, der macht ein Loch rein, auch ähnlich wie ich es haben will, aber ich muss das nochmal nachbohren, weil ja, mitunter dann diese Filamentfädchen ja so ein bisschen zusammenfallen in dem Loch und sowas alles. Aber, und da habe ich mir die Größe ausgemessen von einem Schaschlikstab, weil ich verbinde das Ganze jetzt mit zwei Stückchen Schaschlikstab. Und ja, man sieht, ich stecke das jetzt hier zusammen und das ist wirklich die Größe und natürlich auch, weil das ja so Plastik ist, so was man da selber druckt, dieses Filament, für die, die keinen Drucker haben. Und drin ist das so ein bisschen rau, weil da ist eine Füllung drin und das sind so kleine querstehende Sträbchen und das verkantet sich wunderbar da drin. Und ja, das habe ich deswegen alles gemacht, weil ich muss ja mal, ich hätte auch alles versuchen können, da klatschfest reinzubauen. Was mache ich aber, wenn mal so ein Antrieb ausfällt? Ich muss den ja wechseln können. Deswegen habe ich mir das so erdacht, dass ich alles so anbauen kann, dass ich es mit relativ wenig, Aufwand hat man immer, mit relativ wenig Aufwand alles abmachen kann. Hier sehen wir die drei Brüder jetzt nebeneinander stehen. So passt das alles perfekt rein. Das heißt, dieses Schaschlikstabteilchen, die kann man da super reinstecken. Hier links sehen wir es mal so, zumindest zur Hälfte, wie ich es gemacht habe. Jetzt sehen wir es ganz. Und das hält bombenfest. Also das ist, ich habe gerade die Schräge gesehen, von der ich gesprochen habe, was ich euch gleich auch in der Grafik nochmal zeigen werde. Und das hält wirklich bombenfest. Ja, man kann da richtig dran ziehen. Irgendwann geht es auf, man kann mit einem kleinen Schraubendreher so runter, dann kann man das raushebeln. Passt. Hier oben drücke ich jetzt noch die zweite Variante des Ganzen, wo ich sozusagen den, der nach hinten, der linke, der andersrum eingebaut werden muss, bei die Weiche gleich vorne links liegt. Hier sehen wir es übrigens in der Grafik, was ich vorhin meinte. Da, wo der rote Pfeil gerade hoch und runter geht, habe ich so eine Schräge in diesen Halter reingedruckt. So, dass, wenn man die Schraube anzieht, sich das Ganze schön fest unter die Anlage drunter quetschen kann. Hält super. Wenn ich die Schrauben hier vorne reinziehe, das hält. Und da habe ich dann auch eine Füllung sozusagen gedruckt. Das würde es nur denjenigen was sagen, die selber 3D drucken. Also in der Kante hinten habe ich keine Füllung reingedruckt, das habe ich ausgespart. Und damit ist das eine wirklich schöne, feste Geschichte. Das ist die zweite Variante. Das ist der Träger, der nach hinten zeigt. Das ist einfach nur verdreht worden alles. Einfach. Das zu erstellen im 3D-Programm, das dauert natürlich alles seine Zeit. Und man muss da auch ziemlich viel messen und grübeln und machen. Aber es lohnt sich. Man wird belohnt damit, dass man was Schönes macht. Ich möchte sowas zum Beispiel nicht aus Holz bauen müssen. Das stelle ich mir furchtbar vor, das aus Holz zusammen zu klöppeln. Und dass es auch genau so eine schöne Passform hat, wie ich das jetzt hier mit diesem 3D-Druck gemacht habe. Also wir sehen, diese Anschaffung von so einem Drucker, das lohnt sich auf ganzer Ebene. Hier sehen wir es mal schön, wie sich das unten fest reingekrallt hat. Und das lohnt sich wirklich auf ganzer Ebene. Also wer sich da noch nicht hat durchringen können, das zu machen, gut, wer seine Anlage jetzt weitestgehend fertig hat, für den wird es das nicht lohnen. Oder er möchte gerne noch was dazu bauen oder sowas. Dann lohnt es sich eigentlich immer. Ich habe da so viel schon gemacht. Verschlüsse für meinen Vogelkäfig zum Beispiel. Oder wenn ich das aufziehen wollte, was ich da alles schon gedruckt habe. Selbst für meinen Anhänger, für meinen Dreikanhänger habe ich da noch was gedruckt. Da kann man wirklich tolle, tolle Sachen mitmachen. Und man muss sich reinfuchsen, wie in allen möglichen Sachen auch. Da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen und dann passt das schon. Ja, hier sehen wir jetzt wieder mal, wie ich in meine Weichen selber die Antriebslöcher außen rechts reingebohrt habe. Was heißt außen rechts? In dem Fall ist es rechts. Bei anderen Weichen können es auch links sein. Und hier sehen wir das Prinzip. Die Messinghülse, ich habe auch kleinere da, aber ich möchte, dass die immer so ein kleines bisschen Spiel haben. Weil manchmal, wenn das nicht 100% mal sich bewegen will oder damit es sich nicht festfrisst von alleine mal durch Korrosion oder sowas, habe ich jetzt mittlerweile eine etwas größere Hülse gewählt. Früher habe ich, oder ich habe es auch noch da, die Hülsen, die wirklich exakt für dieses Drähtchen da sind. Aber das ist mir nichts. Und hier sehen wir jetzt, wie ich die Leistchen, meine Zuschauer, die schon länger gucken werden, wissen, was ich gerade mache. Das sind die Übertragungsleistchen. Gibt es einen Namen für die Linger? Ne, gibt es nicht. Müsste ich mir ausdenken. Und dann mache ich das erste Loch durch. Dann kommt das Ganze nochmal ein bisschen mit Sekundenkleber getränkt, so dass ich dann später mal in den höheren Bedarfsfällen beim Weichenstellen nicht die Leiste dann ausreißt oder zerbricht. Deswegen verklebe ich die außen immer noch. Das hat sich im Grunde genommen schon bewährt. Dann kommt hier so ein Stückchen von einer Lüsterklemme drauf, wo ich das Plastik entfernt habe. Und das macht sich hervorragend. Dann kann man das schön festmachen. Und man kann eben das Ganze hier noch fein justieren. Und für die Grobjustage mache ich jetzt gerade hier drei Löcher auf der anderen Seite rein. So dass ich das umhängen könnte, wenn ich feststelle, dass der Weg nicht ganz hinhaut. Dass ich also, ja, weil der Antrieb ist ja fest, die Weiche ist fest. Und da kann ich ja lediglich durch diese Leiste den Abstand bestimmen. Und das Ganze dann auf der anderen Seite noch am Antrieb selber, dass ich den kleinen Hebel verstelle. Also ich kann es grob justieren, ich kann es fein justieren, ich kann es haargenau einstellen. Es funktioniert berechtigt. Und hier sehen wir, dass der Draht so circa 0,39 Millimeter stark ist, der Federdraht. Und das ist der, der nach oben führt. Und wenn der Andruck im Grunde genommen mal zu hoch wird, dann verdreht sich lediglich das Drähtchen ein bisschen. Und das Drähtchen ist so leicht zu verdrehen oder so schwer. Ich weiß gar nicht, wie sagen Sie. Es ist Kraft genug da, dass die Weiche perfekt schaltet. Auch außen anliegt schön. Aber weich genug, dass wenn zu viel Druck von dem Antrieb unten kommt, dass ich dann die Feder ganz leicht verdrehen könnte. Und somit die ganze Kraft nicht auf der Weiche dann plötzlich anliegt oben, sondern eben alles schön durch eine Feder schön smooth angebracht wird. Hier ist immer eine kleine Innovation. Der Draht war zu schmal für diesen, ja, Lüsterklemmkontaktschrauben-Dingens da. Habe ich da so eine Isolierung drüber gemacht. Passt perfekt, kann man schön festschrauben. Hält. Und jetzt mal zur Demonstration, wie das Ganze unten funktioniert, habe ich mal aus einem älteren Video zwei Ausschnitte jetzt hier reingebracht, wie ich es anbaue. Das ist die Plattform oben links auf meiner Anlage. Nur, dass man es mal sieht. Ich mache kein Tutorial jetzt hier. Tutorial, mein Gott, schweres Wort. Sondern ich wollte nur zeigen, wie ich es gemacht habe und dann mit mir mal versteht, was ich mit diesem Übertragungshelzchen da meinte. Und, ja, das, was ich da gerade abschraube oder anschraube, ne, abschraube, genau. Da kommt also ein etwas stärkerer Federdraht dran. Und jetzt hier hinten sehen wir den schmalen. Das geht hoch zur Weiche, das Teil. Und wenn ich jetzt da unten so bewege, dann stellt sich die Weiche. Hier kommt das Hölzchen rein, sozusagen, in diesen Stelldraht, der nach hinten geht. Da kommt auch so ein Lüsterklemm-Dings, das hatte ich ja vorhin schon gezeigt, drüber. Ganz einfache Sache im Grunde genommen. Ja, jetzt baue ich das Ganze schon an. Man sieht, an den Anlagenrand kann man da sehr gut rankommen bei mir. Das heißt, sehr gut ist immer ein bisschen übertrieben bei meiner Anlage. Man kommt dran. Gerade der rechte ist ein bisschen schwierig, weil genau dort sitzt so eine Blende. Und, ja, aber es geht. Man kommt dran. Die anderen, die drei linken, kommt man ohne Probleme mit dem Schraubendreher ran. Und bei dem rechten da sieht man, ich muss da mit so einem Winkelteil hier da reinschrauben, weil hier rechts halt, da sieht man ein bisschen die Kante. Da, wo ich mit dem Hettenkratum rumfummelte, da ganz, ganz rechts. Aber es geht. Es geht. Also ich gehe ja nicht davon aus, dass mir die Antriebe hier wöchentlich kaputt gehen oder irgend sowas. Und fummelig ist es. Ich habe es mal kurz überblendet, jetzt weil es zu lange war. Da unten sehen wir das Hölzchen. Das geht jetzt hoch zu der Weiche. Da, ja, haben wir gerade gesehen. Jetzt sehen wir nochmal, wie alles eingebaut ist. Hier sehen wir die Hölzer, die nach hinten weggehen. Die Leistchen, die Hölzer. Die Leistchen, die nach hinten weggehen. Und das ist eine Sache, die hat sich beim Jahr schon immer bewährt auf der Anlage. Diese Übertragung. Da gibt es keinen Bautenzug oder irgendwas. Nein, das geht mit den Leistchen nach hinten. Und das ist, und hier vorne sehen wir es noch ein bisschen besser, bei den Quereingebauten. Das ist eine Sache, die funktioniert einfach. Das läuft wie verrückt. Ich habe auch hinten noch nie Probleme gehabt. Wenn ich ein Problem habe, war das mit dem Originalantrieb, aber nicht mit Antrieben, die ich mir so als Übertragung selber ausgedacht habe. Hier sieht man es nochmal sehr, sehr schön zum Schluss, wie das praktisch eingebaut ist. Das sind die unteren, die unten drunter sind, wo ich praktisch gar nicht mehr rankomme, weil die mich, also rankommen schon, weil da kam ich halt nicht dazwischen. Weil die eben da unten sind. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, das war es für diese Woche. Dann sehen wir uns nächsten Freitag hoffentlich wieder, 16 Uhr pünktlich. Bis dahin. Tschüss.